Heute Nachmittag haben wir die Handwerker hier. Wir brauchen ein neues Netz am Balkon. Das heißt hier, der ganze sichtbare Bereich kommt ein Netz vor, damit hier keine Tauben nissen. Jetzt sind zwei Mann hier am Hämmern. Die müssen Haken einschlagen. Gleich klettert einer hier hoch, 50 Meter Höhe, mit Sicherheitsgurt und Leiter. Halb vier hier, halb zehn in Deutschland, halb dreieinhalbzehn Zentrum, mit meiner Freundin. Meine andere Freundin und draußen sind die Arlander. So, gegenüber, da kriegt er eine neue Air-Condition. Der hat unser Netz fertig, da kommt rund um so ein Drahtseil rein, der auch hält. Wir hören ja mal hier die Tauben auf dem Balkon, da war alles zugeschiffen. So, hier steht unsere schweren Sachen. Josef von Eichendorff, Louis Stevenson, Heinrich von Kleist, Hoffmann, Gogol, Reiner Maria Rilke, Konrad, da haben wir noch, Fyodor Dostoyevsky, Franz Kafka, Edgar Elm Poe und Eichendorff. Und das ist der Café. Und hier vorne ist hier etwas, einfachere Sache. Aber jetzt geht los. Noch nicht. Ich dachte schon. So, in dieser Höhe will ich nicht mehr hoch gehen. Früher habe ich das auch gemacht. Den 50 Meter Höhe. Oh, das ist eine Frage. Das ist ein große Damian. Eieieiei. Das ist ja eine Höhe hier. Aber früher war ich genauso hoch. Ja. Norbert und Berni da haben wir morgens erst mal ein Kasten Bier hochgezogen und dann konnte man das etwa haben. Das ging nur mit Bier. Das ist doch nüchtern geht das nicht. Und die schaffen das auch noch nüchtern.